Warum der Sprint nur selten abgebrochen werden sollte und wer das machen darf, das erkläre ich dir in diesem Video. Der Sprint ist ein Zeitabschnitt von einem Monat oder weniger. Ein Sprint hat ein Sprintziel, ein Plan vom Entwicklungsteam, die Arbeit aus dem Product Backlog und ein Inkrement. Es gibt genau einen Grund, wann dieser Sprint abgebrochen werden darf. Das ist immer genau dann der Fall, wenn das Sprintziel obsolet geworden ist. Und es gibt genau eine Person, die das machen darf, der Product Owner. Wenn der Sprint abgebrochen wird, beginnt der nächste Sprint im Anschluss. Es gibt keine Zeit zwischen den Sprints. Wird der Sprint abgebrochen, dann werden die erledigten Product Backlog-Einträge noch zum Inkrement zusammengefasst und alles, was nicht fertig ist, wandert wieder in das Product Backlog. Ein Sprintabbruch macht nur dann Sinn, wenn sich das Sprintziel so ändert, dass wirklich alles obsolet ist. Achte dabei unbedingt immer darauf, welche Konstellation du betrachtest. Was bei einem einzelnen Team kein Problem ist, erzeugt in der Organisation mit vielen Teams Overhead, wenn du einen Sprint abbrichst und Menschen und Teams sich neu koordinieren müssen. Da ein Sprint aus meiner Erfahrung zwei oder drei Wochen im Mittel bei den meisten Unternehmen dauert, ist oft der Aufwand eines Abbruchs höher, als den Sprint zu Ende zu bringen. Und die Teams verlieren in dem Sinne nicht wirklich etwas, sondern können noch Erfahrung gewinnen und arbeiten, als dann erzeugen. Halte immer im Kopf, dass es meistens ja nicht um die ganzen zwei oder drei Wochen der Sprintlänge geht, sondern der Abbruch irgendwann während eines Sprints auftritt. Insofern betrifft der Sprintabbruch immer weniger Zeit als die gesamte Dauer der Sprintlänge. Zudem kommen größere Organisationen vielleicht aus dem Takt, was meist für mehr Verunsicherung sorgt als der Gewinn des Sprintabbruchs und der damit gewonnenen Zeit. Denke auch immer daran, wenn der Product Owner den Sprint abbricht, geht es sofort weiter. Der nächste Sprint startet. Es gibt keine Zeit dazwischen. Das, wie gesagt, ist bei einem Team noch recht gut möglich. Bei mehreren wird es deutlich herausfordernder. Wenn dann in der Organisation noch mehr Querbeziehungen zwischen den Teams herrschen, wird es zunehmend komplexer. Auch wenn du bereits bestimmte Releases mit dem Kunden definiert hast, ist die Zeit gekommen, diese nochmal genau zu überprüfen, ob sich etwas durch einen Sprintabbruch zeitlich verschiebt. Reflektiere, auf welcher Ebene du Sprintziele setzt und sie betrachtest. Nutzt du ein Less, also das Large Scale Scrum, dann gibt es genau ein Sprintziel für alle. Das bedeutet auch, dass für alle Teams dann der Sprint abgebrochen wird. Ich hoffe, die Option, einen Sprint abzubrechen, ist für dich nun etwas weiter in die Ferne gerückt. Diese Option solltest du als Product Owner wirklich nur sehr, sehr selten ziehen müssen. Alles Gute für wenig Sprintabbrüche in der Zukunft. Dein Sebastian